Der Dayliner Lite ist ein kippstabiler Allrounder mit geringem Gewicht. Dayliner Serie beinhaltet den Dayliner S für kleinere und leichtere Paddler, den Dayliner L für mittelgroße Paddler und den Dayliner Lite als leichte Alternative. Der Dayliner Lite ist in GFK und Carabon Amid verfügbar, 4,32 Meter lang, 67 Zentimeter breit, wiegt zwischen 18,5 und 21 Kilo und kann mit bis zu 130 Kilo beladen werden. Ausgeprägte Kanten im Unterschiff sorgen für einen guten Geradeauslauf. Die breite Basis im Sitzbereich sorgt für eine hohe Anfangsstabilität und Wendigkeit. Die Dayliner Familie. Echte Allrounder mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und einer soliden Ausstattung. Vierer mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis in Wendigkeit. Die Verhältnisse, die Kosten und nicht mehr, sondern mit einem guten Milliarden Jungen-Verhältnis ausgestatteten. Der Zeitungs-Verhältnis in Wendigkeit.